Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen weiteren äh Spezialvideo ähm nicht wundern ich wollte ja die letzte Folge Spezialvideo die kam ja nicht am Donnerstag die kamen äh ja dann am Montag ich wollte ja dann eigentlich noch am Sonntag hab's auch wieder vergessen aber jetzt kam es am Montag weil ich das heute am Montag aufnehme um 10 Uhr irgendwas ich hab sie dann einfach hochgeladen und dann ähm oder es ist heute Montag ja heute ist Montag ähm und dann so mein ich das auf jeden Fall ähm in der heutigen Folge Spezialvideo wollen wir beide ähm oder mal wieder eine Ründchen war so ein Spiel hab ich schon lange nicht mehr gespielt ich bin nicht der Beste ähm beachtet das bitte ähm und wir spielen heute einzeln und ich glaube ich hab noch nie zusammengespielt ähm und ja aber es passt alles gar kein Problem ähm so ich hab ja auch keine Ahnung ich bin grad noch Stufe 1 ne 2 2 1 äh ich kenne mich auch überhaupt nicht aus dem Wurz und ähm und ja ich hab immer noch nicht geguckt ob Wurz Clan Wars jetzt ähm eine Singleplayer das machen wir jetzt mal in der Zeit wo wo und klar um zart ein zu spiel ein zin zin Spieler Singleplayer ja, Story okay, gibt's nice okay, dann würde ich denke ich daraus mal ein schönes Let's Play machen noch mit und aber das würde dann etwas später folgen ich bekomme das nämlich nix Montag, das heißt den zehnten um und das denke ich werde ich dann aufgrund des vier ich bin mir dabei nicht sicher zu einem Jungen wahrscheinlich auch kommen Multiplayer-Modus auf sich hat um ich will auch mein Kanal immer damit das klar ist ähm ich bin ja auch eher mit Multiplayer so halt aufgewachsen äh und ja früher hab ich auch nur Multiplayer gemacht ähm aber heutzutage bin ich auch klar naja, mit Clayfieber und äh ja da Katze dann halt ne genau, genau so so aber jetzt bin ich erstmal nur in Warzone und ähm ja let's go so wo gehen wir denn hin zur Sicherheitszone ich warte mal wo die Zone so ist ja ok dann würde ich zur ähm Postation begehen und ja genau weiß halt auch gar nicht was äh was der beste Flug hier so äh ist nur hier fliegen kann am besten ich nenne mich halt damit ganz aus ich würde jetzt hier gern aus Dachfliegen genau aber erst mal Geld diese Waffe mag ich eigentlich gar nicht jeden Falle ab ähm damit komme ich irgendwie gar nicht klar es kann natürlich auch sein dass es eigentlich mit die beste Waffe im Spiel ist aber ich nicht mit klar ähm ich bin hier halt so komisch ich weiß nicht warum ähm aber ich kann ja gern mal in die Kommentare schreiben ob ihr die auch kacke findet kann man das so sagen oder ob ihr die schön bzw. geil findet also meine Waffe ist auf jeden Fall nicht die gefällt mir einfach nicht hervorzufern spielen und so ähm sagen äh in diesem Spiel bin ich wirklich ein kompletter äh Noob ich weiß jetzt nur nicht mal ähm kann man hier rein? ne schade soaaa die Tür öffnen ist ja die ist doch die her schon wieder her soaaa Tür öffnen ich bin hier für Waffen die Klinik gar nicht also hier habe ich schon mal gespielt die finde ich zum Beispiel gut die Fall oder wie man die halt nennt die spiele ich auch sehr sehr oft wenn ich die finde ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben ob ich meine Challenge machen soll ob ich zum Beispiel nur diese Waffen spielen darf oder nur die ne also könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und achso ich versuche dann einfach mal die Challenge im Spezialvideo ähm aber achso ich vergiss es ja immer ja ich glaube ich nehm die das habe ich voll und was ist das okay ich bin einfach komplett los so ich weiß nicht ich behalte jetzt einfach mal die Waffen ich glaube die sind gut aber ich behalte jetzt einfach mal meine Waffe Alter das ich hasse solche Häuser was gefühlt hier so ein ganzes Labyrinth ist und ich finde kaum raus aber jetzt habe ich es endlich gefunden ähm naja ich könnte mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben was momentan euer Lieblings Multiplayer Spiel ist also ja bei mir ist es momentan keine Ahnung aber dann denke ich mal wenn ich Wurms hat es ist Wurms aber ok so ich weiß gar nicht warum man denn jetzt mal hin auch mal dass sie die Zune schon überlegen kreis ist es ist ja die Zune und die macht irgendwie keinen Sinn für mich um aber ja ich weiß auch gar nicht was Jobs sind da also diese kommunen Aufträge um ich weiß glaube nur ich bin mir da aber auch noch nicht mal ganz sicher dass man Geld bekommt für jeden Auftrag aber aber nicht dass ich jetzt hier so scheiße erzählen äh deswegen ja renn mal zum Stadium oh ich sehe ihn auch kacke komm wir müssen dem mal folgen gibt's hier noch schon Das ist komponierbar. ja ja zumal nachfahren doch guck mal ich hab ne neuer geschaltet da hab ich auch was gesehen aber wir gehen einfach mal weiter so da sehe ich in welchen aber doch hinten ich hab das Gefühl das ist ein Pro boah naja so verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs wo sehe ich nicht dort hinten aber es soll ich dahin gehen wir tun einfach so als wenn das nicht sehr neue sicherheitszonen wird markiert so wir sind sogar noch oh da 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 wir sind das das ist das mal anschauen ja wer ist das Menschen für andere Fußball Fußballer ein paar ich kenne ich nicht mehr so ein paar Eiferschein Zeichnung so ein Auftrag zum Beispiel solche Tänke nicht durch was man das Geld braucht keine Ahnung Ok. Ich bin wieder da. So. Ja, wo wir mal stehen geblieben? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. So, guck mal, Leute. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Ach du Scheiße. Gott. Oh Gott, Scheiße. Gott, Mann. Er hat mich. Ok, wir sind... Das ist der Gulag. Überlebe um erneut eingesetzt zu werden. Der Kampf ist bereit. Mach dich Kampf bereit. Du bist gleich dran. Ach so, die waren. Haben nur die Faust gehabt. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinst, gehst du wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, musst du dich. Verlierer. 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 Du hast da drin was abgekriegt. Du hast da drin was abgekriegt. Das war's dann. Wir spielen nochmal eine Runde. Klitzklare Runde. Ja. Ähm. Und dann schauen wir mal. Ja. Ah. Okay. Hm. müsst ihr klick starten müsste müsst ihr gleich starten okay ich habe keine Ahnung da hat sie jetzt zu starten jetzt ihr solltet euch aufwärmen der Einsatz geht bald los gehen wir gehen wir auf das Dach oh oh ich habe einen Ticker okay ja so wir haben jetzt zwei Waffe ich habe den Deck auch okay verflixt verflixt das war wohl nichts ich habe ich habe du kannst und du kannst du kannst Jetzt wird es ernst. Ja. Gut. Gut ge- Au. So. Wir machen das nächste Runde. Und tun einfach jede. Passt. Wie sie schön ist. Wurde einfach kreistuckend. Hab dann aber gemerkt, das war falsch. So. Oh. So. So. Okay, damit können wir vielleicht was freies tun. Okay, ich gelost. Bam. Hm. Ja. Okay, aber das ist wirklich cool. Na gut, ich nehme lieber das. So. Dein Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Warte, ich nehme lieber das hier. Genau. Genau. Einen können haben wir auch schon mal. Wollen wir jetzt aufs Kiez gehen. Okay. Dazu müssen wir Gegner finden. Oh. Okay. Ja. Okay, das war schlecht. Naja, wir haben ja noch einen Gulag, ne? Wir haben ja noch einen Gulag. Wenn du überlegst, erhältst du die Freiheit. Dann sind wir hier schon wieder Vögel. Aber ja, wir haben ja noch. Boah. Ja, okay, ich bin jetzt als nächstes dran. Nice. Ja. Oh. 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 Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst. Nein, so. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Oh, bist du? Komm. Wo bist du? Okay, das war ein Stopp. Nein. So, das Spiel verlassen. Natürlich, ja. Ähm. Ja. So, wir sind jetzt Level 27. Ähm. Da haben wir wieder irgendwas freigeschalten. Toll. Das interessiert bestimmt noch nicht. Ähm. Wir haben wieder was dir irgendwas. Keine Ahnung. Ähm. Ich würde jetzt dafür sagen. Ähm. Das war's jetzt mit dem Spezial-Video. Und. Äh. Ja. Dann, äh. Würde ich sagen. Das war's mit dem Video. Ich bitte schon. Und sage. Ciao, tschüss. Und auf Wiedersehen. Ciao. ugly. 就. Tschüss. Vielen Dank.